Musik Wir befinden uns hier im Wiener Prater. Wien war für uns der ideale Standort, weil es sich um eine europäische Weltmetropole handelt. Des Weiteren ist der Prater für uns ideal, weil es sich um einen Freizeitpark handelt, der per se eigentlich keiner ist. Wir haben hier viele unterschiedliche Unternehmen, die zusammen ein großes Ganzes ergeben und so einen Park repräsentieren. Sie sind ein bisschen anders und so sind es auch wir. Musik Das Rollercoaster-Restaurant Vienna ist ein Achterbahn-Restaurant. Das bedeutet, dass bei uns die Speisen über den Schienen direkt zum Gast kommen. Wenn der Gast bestellt mit dem Tablet, die Speisen gelangen über ein Schienensystem aus der Küche zu Robotern, die diese auf Schienen bringen. Das geht teilweise über Loopings und ist total spannend zuzusehen. Musik Bei uns gibt es internationale Küche, angefangen vom Schnitzel über verschiedene Pastagerichte bis hin zu Burgern. Wir haben sogar einen veganen Tierschutzburger, also sollten wir unbedingt einmal probiert haben. Ein weiteres Highlight ist unsere eigens entwickelte Getränkemarke One More. Unter diesem Namen vertreiben wir Bier, Radler, Cocktails, aber auch alkoholfreie Getränke. Musik Im Rollercoaster-Restaurant Wien achten wir sehr auf Qualität und Frische. Also wir kaufen also unser Fleisch zum Beispiel nicht in einem Großhandel, sondern bei einem kleinen Mitzker, der extra für uns produziert. Musik Wir sind ein kinderfreundliches Restaurant. Unsere zwei Maskottchen sind der Breche Erdaplekal Potty und die Süße Paradeiser Lu Pink. Musik Unsere Roboter tampen sie Musik und mixen Cocktails zusammen. Musik It's food, it's fast, it's fun. Das ist unser Programm. Für Langeweile ist hier im Rollercoaster-Restaurant kein Platz. Musik Unsere Location bietet mit 220 Sitzplätzen den idealen Rahmen für Firmen-Events, Junggesellenabschiede oder Geburtstagsfeste. Musik Musik Hochwertige, frisch zubereitete Speisen, die mit hoher Geschwindigkeit zum Tisch tausen und das Ganze mit einem Funfaktor, der seinesgleichen sucht. Das ist Entertainment und das ist das, was wir bieten. Musik 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 Musik